40 Euro ist im Umschlag. Nicht schlecht. Was sagst du? Willst du die Kohle oder sagst du Scheiß auf die Knete, ich will Pakete? Scheiß auf die Knete, ich will Pakete. Sehr gut. Das Paket ist offen. Liebe Nele aus Halle, es sind 89 Rollen Klopapier! Du wirst dir ab sofort zwei Jahre lang auf Kosten von 89.0 RTL den Arsch abwischen. Ist das nicht klasse? Ja, total toll. Der nächste Durchfall kann kommen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Das hätte ich jetzt, ja. So, da ist sie, die exklusive Lieferung von 89 Klopapierrollen für Nele. Yay! Super! Jetzt kann ich endlich auf die Toilette gehen. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem Klo. Super. Perfekt. Pakete oder Knete, du entscheidest selbst, Kohle oder das, was in den Paketen ist. Kann ein geiler Scheiß sein, aber halt auch sowas. Das geilste Geschenke zocken des Sektors ist zurück. Pakete oder Knete? Jeden Morgen um 7.05 Uhr.